Ich bin der Präsident der Juppe von Hummerich. Ich bin der Schriftführer. Das Wochenende war friedlich persönlich, dasselbe bis der Nüngde, als 100-jähriges Jubiläum. Es war Frieden für eine Jugendpartei. Für die Jugend, aber auch für die Auer. Jede Ringe konnte hierher kommen. Hier in der Zelle. Samstag ist ein Oktoberfest mit dem Stimmungsduo Walter Wion, Watatoui, mit Alphorn, Trompeten, also mit Oberbayernstimmung und auch mit Bierkrügen. Wir haben auch für den Anlass mit Bier gemacht. Das war die Brasserie Gras d'Orsch auf Hummerich. Jot-Bier, kann ich euch sagen. Es schmeckt köstlich. Und es ist auch ein Musikverein. Die Juppe von Hummerich kommen andere Vereine. Andere Musikvereinen kommen dort. In der Zwischenzeit durchgefangen hat er mit einem Mess am Hauverellf. Und danach spielte ich in Harmonie. 28. Insgesamt. Ich spielte zwei, drei Stöcke. Und da wird richtig früh zum Frühschoppen gemacht. Je soll jetzt frühschoppen. Worte erden und zu trinken. Also alles. Die drei Tage ist also, wo ihr sorgt. gönna je kollisch. So. Und das nächste Bier ist Juppie. Das ist ja die Juppe. Und dieses Weekend haben wir auch neue Kostümen. Die alte Kostümen haben wir 25 Jahre alt. Und die Jungen wollen die traditionelle Kostümen nehmen. Das haben wir ein moderne Kostümen. Und wir präsentieren das auch dieses Weekend. Das sind ja die Britsen. Die kommen uns aufhören. Sie gehen um 10 Uhr. Und dann sagen wir, wie mein Frau sagt, um 10 Uhr bis 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 bis. Und dann habe ich noch nicht verjaht. Das ist die Jocker Breyen. Ich glaube, das kennen wir wohl hier in der Jähen. Der macht immer eine Stimmung. Und das ist auch natürlich. Das ist 6 Euro in Vorverkauf. Das ist 11 Euro in Vorverkauf. Wenn man an den Kasten ist, das ist 2 Euro du. Das ist gratis. Und die Vorverkaufskarten können wir, entweder bei uns, also bei der Verein, mit der Jähen, mit der Jähen, mit der Jähen auf Hummerich, oder auf Internet. Da können wir doch kreieren. www.joup.be. Das können wir auch bestellen. Und wir hoffen, dass die, also, wie möglich, kommen mit so einem Tiroler-Kostüm. Und die, die mit so einem Tiroler-Kostüm kommen, bekommen, die bekommen so ein Bier, oder so ein Boisson, gratuit. Das ist von der 7. Also, Friedrich 7. Jugendpartie, Samstag, Arde, Oktoberfest, und der Zohn des Nüngder, der Vereine, der Musikvereine. Der Zohn ist in Burg, für die Kinder, wenn sie will, so spät, so ein Hüpfburg. Und der Albert Stasse, der interessiert sich viel über Geschichte. Der hat also eine ganze Geschichte vorbereitet für von uns 100 Jahren. Und die Boisson kennen wir auch hier. Und auch das Bier kennen wir auch hier. Das Bier kennen wir auch hier. Mit dem Bild. Wir werden jubiläum dieses Jahr, dieses Wochenende. Und wir stellen auf euch!